Das ist ein Klingel. Es ist ein Klingel. Es ist ein Klingel. Das ist ein Klingel. Das ist ein Klingel. Wir haben jetzt hier so ein bisschen die Stats angegeben. Das erste Mal seit die V-Jump Charaktere zeigt, ist hier auch die Farbe angegeben. Und zwar gelb. Das heißt, er wird einen der Shenlongs ersetzen. Er wird auf jeden Fall ein sehr starker Angreifer werden. Weil wenn wir hier mal gucken, das ist glaube ich Strike, das ist Blast. Das sind die beiden Defense Werte. HP wird halt sehr viel HP haben. Sehr viel Strike und Blast Attack. Weniger Defense in dem Fall. Das heißt, wir haben hier einen Angriffstyp. Was aber interessant sein dürfte, wären dann seine Tags. Weil er müsste eigentlich Superkämpfer sein. Region. GT. Verwandter Kämpfer. Und bei einem Tag bin ich mir nicht ganz sicher. Weil entweder ist er fusionierter Kämpfer. Oder Absorption. Intelligenter und logischer wäre Absorption. Aber wie wir Dragon Ball Legends kennen, sagen die auch manchmal einfach fusionierter Kämpfer, wo kein fusionierter Kämpfer ist. Ähm. Ja. Interessant wird es für alle Teams, die ich gerade quasi aufgezählt habe. Weil Region hätte damit einen neuen Yellow Fighter, der vielleicht sogar sehr gut ist. Er ist sehr offensiv. Man muss auch gucken, was er so haben wird. Weil er hat so einen Shield wie, ähm, C-17 oder halt auch der Buhan. Das wird wahrscheinlich seine grüne Karte sein. Das könnte richtig nice werden, was das angeht. Für GT ebenso. Ein Angreifer, der trotzdem gut, ähm, durch seine grüne Karte vielleicht tanken kann. Ist auch nicht schlecht. Für, ähm, Superkämpfer könnte das auch interessant werden. Ich weiß nicht, ob der die supporten wird. Aber, ja, wäre auf jeden Fall ein neuer Superkämpfer. Also, alles in allem sieht das ganz gut aus. Die Frage ist jetzt, wird das wieder ein Step-Up? Also, eigentlich müsste es ein All-Star-Banner werden. Aber, hey, wir reden immer noch von Dragon Ball Legends. Also, man weiß es nicht, ne? Ähm... Ja. Ich kann eigentlich nicht viel dazu sagen. Hier ist nicht viel angegeben. Interessant wird es wirklich wahrscheinlich für GT werden. Mich würde auch interessieren, werdet ihr darin Summon? Also, ich werde meine 20er Beschwörung machen, wenn das ein All-Star ist. Aber ich werde jetzt nicht hart reingehen. Also, ich werde jetzt erstmal spannen. Ich habe, ähm, hier ein bisschen neues Licht. Deswegen dürfte ich jetzt absolut perfekt ausgeleuchtet sein. Hoffe ich zumindestens. Und, ja. Wir bekommen ein Majin Oop. Der ein super Angreifer sein wird. Und halt noch gleichzeitig mit seiner grünen Karte alles mögliche tanken kann. Bin ich mal gespannt drauf. Und ich wünsche mir gerade für Region einen neuen Yellow Fighter. Weil da fehlt mir einfach einer. Weil eben King Piccolo hat die ganze Zeit seine Senkai-Beschwörung nicht wieder gekriegt. Er ist auch nicht in der Tauschbörse drin. Ich habe ihn von den Sternen niedrig. Den Transformer mit Piccolo habe ich nicht. Wäre also für mich eine echte Alternative. Weil der, äh, Legends World Piccolo eher so meh ist. Auch für GT wäre es eine gute Alternative. Weil ich die Drachen so... Vom Lesen her waren die geil. Aber im effektiven Kampf, ich habe die jetzt so auf 6 und 7 Sterne, sind die eher so meh. Und, ähm, super Kämpfer. Ich glaube nicht, dass er es supporten wird. Ich glaube, er wird den Tag tragen. Aber er wird ihn nicht supporten. Wäre interessant. Wenn er natürlich noch fusionierter Kämpfer supportet. Wäre es nochmal eine Alternative für Gogeta. Muss man halt sehen, wie viel Schaden der austeilen kann. Was der sonst noch so für Techniken drauf hat. Aber an sich eigentlich eine nice Sache. Ähm, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt großartig darüber sagen soll. Ähm... Das wäre es eigentlich schon. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Weil dann weiß ich, was ich für das nächste Video halt mal einbauen soll. Ähm... Das war es von meiner Seite aus, würde ich sagen, oder? Mehr kann ich euch nicht sagen. Mehr Informationen habe ich aktuell nicht. Deswegen nicht vergessen, am Sonntag wieder einen Livestream. Ich vergesse immer das hochzuladen. Und schaut doch auch mal bei Pokémon Unite vorbei. Da werde ich jetzt, denke ich mal, regelmäßig Videos hochladen. Oder auch mal einen Livestream machen. Das Spiel macht mir große Laune. Und ich sage damit, bis zum nächsten Mal. Und tschau.